Und damit grüßt euch und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Warcraft 3. Ah, endlich. In der letzten Folge wurden wir die Zendung verraten. Jetzt, Frostmone. In dieser Folge wollen wir entkommen. Endlich. Elthusat, unser Meister, schickte uns zu eurer Unterstützung. Unsere neuen Skelett-Magier machen kurzen Prozess mit den Rebellen. Sehr gut. Wir müssen rasch handeln und alle finden, die in Treue zu mir stehen. Unterstützung können wir gar nicht genug haben. Ich habe meinen Lieblingszauber nicht mehr zur Verfügung. Wie traurig. Eine Rolle des Schutzes. Brauche ich persönlich eher weniger. Gleich wie die Goblin-Landmähre. Das ist schon besser. Endlich. Und. Hoffentlich taugt das was. Das wollen wir einfach random. Skelett-Magier. Die rastlosen Puppen warten. Ich weiß das gar nicht. Ich habe die viel zu selten eingesetzt. Ah. Endlich. Frostmone hat Hunger. Da ist zu. Ah. Endlich. Da ist es offen. Jetzt Frostmone. Verrätung. Verrätung. Sie gehören bestraft. Für die Infrarat. Sprecht, Dummkopf. Jetzt werdet ihr leiden. Ja. Vorsicht. Offenbar waren die irgendwie. Random. Hergerocken. Sprecht, Dummkopf. Das Inventar ist voll. Ach, das ist. Das ist geil. Frostmone hat Hunger. Ah. Endlich. Was wir machen. Endlich. So, die Frage ist, wo wir uns hinwenden. Ah. Endlich. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Das ist schon besser. Am besten lauft man einer Falle immer entgegen. Jetzt werdet ihr leiden. Frostmone hat Hunger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Vorsicht. Was ist es Schatten für dir? Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Hm. Also theoretisch kannst du irgendwann nicht mehr runtergehen. Jetzt Frostmone. Endlose Pein wird euch erwarten. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Ah. Endlich. Ich muss aus meiner eigenen Stadt fliehen. Wie scheiße ist das? Frostmone hat Hunger. Was sagt denn da mein Maior Domus dazu? Ich hält wussert. Das Wort habe ich mir gemacht. Ich habe zwar immer noch nicht nachgeschaut, was es heißt, aber ich habe es mir gemacht. Der erste Schritt auf dem Weg zur Bessung. Ich bin gerade voll der Fan dieser Skelett-Magier geworden. Warum? Skelette gehen einem irgendwann im Weg um. Also herum. Aber diese Skelett-Magier sind Fällenkämpfer. Das ist geil. Der erste Pein wird euch erwarten. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Das erinnert mich noch an die guten alten Zeiten von Heroes of Might and Magic. Das ist schon besser. Da gab es auch die Nekromanten. Und die haben aus getöteten Feinden Skelett-Bogenschützen beschwungen können. Und irgendwann hattest du einfach ein paar tausend von denen. Endlich. Endlich. Feinde. Ah. Endlich. Help. Hey. Niemand ertrat mir Befehle. Dient ihr mir. Hör dir. Endlich. Die Toten sollen wehlen. Für den Lichtkönig. Was ist es diesmal? Keine nutzbaren Weichnen-Gang. Niemand ertrat mir Befehle. Ein tapferer kleiner Ghoul ist das. Der Held. Würde mich jedoch wohler fühlen, hätte ich ein paar mehr Homies am Start. Ah. Endlich. Endlich. Das ist schon besser. Ah. Endlich. Das ist schon besser. Ah. Schön. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist so etwas, was ich gewollt habe. Weil durch meinen Todesmantel kann ich den ziemlich am Lehn halten. Ziemlich gut. Ah. Endlich. Ihr werdet schon sehen. Der wird mir gute Dienste leisten. Frostmone hat Hunger. Ah. Endlich. Ja. Entschreckt uns laut. Stufe 1. Komm, den putz mal. Dann vernicht mal den... Den Wisch mal weg. Sprecht, Dummkopf. Elender Verräter. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Ein niedriger Wurm. Mehr nicht. Deswegen ist er auch tot. Muhahaha. Haha. Frostmone hat Hunger. Da sind übrigens Diener von uns gefangen. Jetzt wird ihr leiden. Diener von König Arthas. Wir werden sie befreien. Freie Wurm. Die Rebellen hätten uns fast erwischt, König Arthas. Ich würde nicht dulden, dass die meinen von diesem Pöbel ermordet werden. Dann bleiben wir bis zum Ende bei euch. Frostmone hat Hunger. Jaja, wer wird schon gerne schlagen? Endlich. Ich nicht. Frostmone hat Hunger. Die Skelett-Magier haben Style. Das ist schon besser. Die sehen cool aus. Ich brauche eure Fähigkeiten, kleiner Schemen. Werdet ihr mir helfen? Ich lebe nur, um euch zu dienen, König Arthas. Ah, geil. Meine absolute Lieblings-Highheit. Ich werde eure Augen sein. Für den Lichtkönig. Was muss offenbart werden? Niemand erteilt mir Befehle. Oh. Ein Schalter. Das ist schon besser. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Endlich. Ich werde eure Augen sein. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mal sehen. Vorsicht. Jetzt Frostmone. Für den Lichtgericht. Meine Sehkraft gehört euch. Das ist sehr wichtig. Oh. Clowness Angelus plus 3. Was ist es diesmal? Ich glaube, wir werden uns davor... Das ist schon besser. Und dort drüben einmal umsehen. Ach, jetzt geht es schon viel besser. Wir sehen uns dort drüben einmal um... Frostmone hat Hunger. Um das zu genießen, was... Ja. Uns wird es zwar nicht viel bringen, aber es ist schön zu wissen, dass es da ist. Ihr werdet bald sehen, was ich meine. Ist der Kuhl jetzt gestorben. Los. Jetzt Frostmone. Jetzt Frostmone. Jetzt Frostmone. Vorsicht. Für den Lichtkönig. Jetzt Frostmone. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Jetzt werdet ihr leiden. Ach, ich wollte schon vorhin sagen, dass ich bloß drei. Naja. Jetzt Frostmone. Ah, endlich. Frostmone hat Hunger. Endlich. Die rastlosen Toten warten. Jetzt werdet ihr leiden. Nein, theoretisch. Endlich. Das ist schon besser. Jetzt werdet ihr jetzt irgendwas aktiviert haben, oder? Sprecht, Dummkopf. Naja, bloß. Die Toten sollen dienen. Möge die Dunkelheit mich leiten. Für den Lichtkönig. Weil rein theoretisch kann ich, genau. Aus diesem Knochenhaufen kann ich freie... Was ist das diesmal? ...Skelette beschwören. Endlich. So lange, bis ich keinen Mana mehr hab. Ach. Ich werde eure Augen sein. Niemand erteilt mir Befehle. Und was muss es diesmal sein? Das ist Mana des kleinen Totenbeschwörers. Ah, endlich. Meine Sehkraft gehört euch. Niemand erteilt mir Befehle. Für den Lichtkönig. Ich werde eure Augen sein. Oh, Brüder. Ich gehe ungesehen. Sprecht, Dummkopf. Ich gehe ungesehen. Ein schöner Spruch. Das ist schon besser. Frostmone hat Hunger. Ich brauche euch, Krieger. Kommt mit mir. Krieger. Niemand erteilt mir Befehle. Das sind Gule. Gule sind keine Krieger. Die Wachen der Schreckenslords sind vor dieser Waffenkammer stationiert. Wenn wir an ihnen vorbeikommen, könnten wir die Fleischwagen im Inneren akquirieren. Was ist es diesmal? Was muss offenbart werden? Ach, dann ist das das Bonus-Ziel. Sprecht, Dummkopf. Okay. Let's fetz. Alle Macht der Geißel. Jetzt werde ich leiden. Gibt's der Spruch übrigens? Alle Macht der Geißel. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Jetzt, Frostmone. Schwächlinge. Das ist schon besser. Oh. Endlich. Das ist schon fast... Ich appelliere an eurer Loyalität. Werdet ihr mir dienen? Ist das diesmal? Wir fertig gewartet. Für den Lichtkönig. Den Spruch kenne ich. Wir fertig gewartet. Seht ihr? Vorsicht. Ach, ich mag das. Ich bin ein Fan von solchen Sprüchen, die man einfach so random nachplappen kann. Ach, ich liebe das. Das ist auch der Grund, warum ich da und seine Sprüche rezitiere. Immer und überall. Meine Sehkraft gehört euch. Ich werde eure Augen zeigen. Niemand erteilt mir Befehle. Das muss offenbart werden. Ich schau mal rein. Ich schau mal rein. So ein klassischer Spruch, den man immer bringen kann. Jetzt, Frostmone. Jetzt werdet ihr leiden. Für was brauche ich eigentlich Gold? Das ist nur ein Heilbrunner. Frostmone hat Hunger. Nicht aktiv ein Geschäft. Ich meine, ich kann es mal versuchen. Endlich Feuerkraft. Sie wird uns zur Überwindung der Hauptturverteidigung dienen. Ich spreche eure Augen. Für irgendeinen Sinn muss sie ein Bonusquest, eine Bonusquest auch haben. Alles soll offenbart werden. Ach, da ist ein Gemer vom Feind. Vorsicht. Endlich. Kein Wunder, dass die mich... Die meinen Schämen angreifen. Sei es ja auch ein Schämen. Verräterbrot. Jetzt werdet ihr leiden. Frostmone hat Hunger. Was muss offenbart werden? Was ist es diesmal? Für den Lichtkönig. Jetzt werdet ihr leiden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmone hat Hunger. Ach, scheiße. Das war jetzt doof. Nicht weiter tragisch, aber... Wurst. Niemand erteilt mir Befehle. Wir sind wieder vollständig. Ich werde eure Augen sein. Was muss offenbart werden? War das hier irgendwo der zweite? Meine Sehkraft gehört eure Vorsicht. Was muss offenbart werden? Kannepalismus heilt meinen Ghoul. Falls er das noch nicht wirklich... Meine Sehkraft gehört auch nicht. Falls ich das noch nicht erklärt habe. Da ist ein Schämen. Ein reiftes Adel. Adel. Adels. Cross. Spricht, Dummkopf. Mal sehen. Los, schaut mal rein. Entgöse Pein wird euch erwarten. Jetzt werdet ihr leiden. Ah, endlich. Endlich. Vorsicht. So, was verlassen wir denn jetzt da? Hört die Kraft um eins. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Konzentriert euch auf einen. Dann auf den anderen. Und dann auf den großen her. Und dann auf den resten. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Jetzt werden wir leiden. Wieso greifen die Daumen von hinten an, die Schweine? Äh... Oh. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Möchte das? Ach, ihr Trottler. Muss ich davor das Tor hier aufmachen? Niemand erteilt mir Befehle. Ich werde eure Augen sein. Vorsicht. Jetzt Frostmourne. Was muss offenbart werden? Alles soll offenbart werden. Hm, ein Geschäft. Was ist das diesmal? Ich werde eure Augen sein. Hallo. Oh, Freunde. Ich schau mal rein. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ihr da. Steht ihr nicht zu eurem König? Endlich. Meine Sehkraft gehört euch. Wait, 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 wait. Meine Sehkraft gehört euch. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Endlich. Unsere Streitkräfte werden angegessen. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Der Energieanhänger erhöht Manner. Was ist das diesmal? Manner. Voll das Manner-Schnitt her. Voll das Manner-Schnitt her. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ah, ein zeitlich begrenzt. Das ist schon besser. Wahnsinn. Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Das muss offenbart werden. Uh. Ach, du hast... Oh. Du bist tot. Nur weil ich nicht fähig war, auf dich aufzupassen. Freund. Verzeih mir. Tapferes Fleischwagen. Fahr rein. Du hast treu gedient und klebst immer noch. Uh. Dienst weiter. Auf den sollte ich aber etwas aufpassen. Trenne ich die einmal? Oh, ein schöner, großer Haufen Knochen. Was muss offenbart werden? Gut. Ich werde eure Augen sein. Ich werde eure Augen sein. Meine Sehkraft gehört euch. Ich schau mal rein. Hm. Was muss offenbart werden? Aha. Ich werde eure Augen sein. Hallo. Alles soll offenbart werden. Ich schau mal rein. Nein. Alles soll offenbart werden. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Ich werde eure Augen sein. Endlose Pein wird euch erlangen. Relativ viel zum Plündern gibt es ja. Oh. Eine Rolle der Abschirmung. Dann. Immun? Nein. Das ist cool. Sterbt. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Und weg. Endlose Pein wird euch erwarten. Das ist schon besser. Oh Gott. Nein. Was ist es diesmal? Ihr Monster. Sprecht. Ihr. Monster. Das muss offenbart werden. Ich hasse das. Immer von hinten. Niemand erteilt mir Befehle. Ich hasse es. Endlich. Jetzt Frostmourne. Können diese vermaleteiten Untoten denn nicht ehrenhaft kämpfen? Endlich. Oh wie ich sie hasse. Das ist schon besser. Die Feinde. Frostmourne hat Hunger. Nicht meine Untoten. Meine Sehkraft gehört euch. Was muss offenbart werden? Ist hier sonst nichts weiter? Ich schau mal rein. Ist das hier hinten der originale Weg? Ist das nur der optionale Weg? Außer, dass es hier immer noch dieses Teil gab. Ich gehe ungesehen. Ich hoffe, ich komme da noch hin. Mal sehen. Sonst müssen halt die Gulen einfach die Bäume weggeschlagen. Oh, ein Heilbrunner. Ich werde eure Augen sein. Das ist schon besser. Meine Sehkraft gehört euch. Ich werde eure Augen sein. Wisst ihr, dass ich mich immer noch frage, wo ist diese eine Plattform, die ich betätigt habe? Hier ist die ja nicht. Nö. Sonst war ich ja über... Meine Sehkraft gehört euch. Endlich. Mysteriös. Das ist schon besser. Ich meine, mit I See That People kann ich erstens noch alles sehen, aber... Ah, endlich. Nein, wir müssen ehrenhaft und stark bleiben. Endlich. Sonst sind wir nicht besser als diese Kreaturen. Das ist schon besser. Voll die epischen Sprüche zum folgenden Ende noch raushauen. Endlich. Das ist schon besser. Verstopft ihr. Endlich. So. Endlich. Feinde. Fallen mir in den Räukern. Fallen mir in den Räukern. Niemand erteilt mir Befehle. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Das ist schon besser. Tod. Ah, endlich. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns etwas weiter um. Jetzt, Frostmone. Gut, dann... Sagen wir mal nach diesem kleinen Mob hier. Frostmone hat Hunger. Wer bedient diesen scheiß Fleischwagen? Diesen Gammelfleischwagen? Ich möchte nicht irgendwie kapern. Endlich. Das ist schon besser. Ich kann mich hier durch ohne... Dieser Haufen Leichen kommt uns gut zu Pass. Wir können sie wieder erwecken und damit unsere Strafkräfte verstärken. Für den Lichtkönig. Genau. Dieses Gespräch wollte ich eigentlich schon dort... Hier. Wir trecken doch. Er liest mich nicht. Ah, endlich. Offenbar wollen die noch nicht wirklich Schluss machen für heute. Aber es nützt nichts, Kinder. So steht es geschrieben, so soll es geschehen. Huch. Wow. Kannst du Bäume damit zerlegen? Nope. Na schau. Hier beim Heilbrunnen können wir nun rasten und ohne. Und dann übermorgen in der nächsten Folge werden wir schauen, wo es uns weiterhin verschlägt. Und bis dahin sage ich Tschüss und hab noch einen schönen Tag.